Wenn 100.000 Leute sterben an Hunger, ja, das heißt, wir können sie nicht füttern oder wir wollen sie nicht füttern. So ist es. Weil von wo kriegt man Geld her? Von den armen Leuten, die Reichen, die geben sie nicht her. Nur die armen. So ist es. Und das ist beim Essen genauso, weil da lassen wir sie sterben, damit wir leben.